Ich komme jetzt auf Geschwindigkeiten vor der Senke, selbst ohne offene Röttinger Höhe, dafür brauche ich mit dem 7er Golf die offene Röttinger Höhe. Ja, macht mal ab, was beim Sportauto-Training dabei rauskommt. Ich würde mal tippen, da dürfte ich in der Senke so 2,70m ungefähr drauf fahren. Ich bin ja mit dem Golf auch auf Tacho 255, 56 ungefähr gekommen. Die hat viel mehr Leistung. Und zwar nicht nur auf Papier, sondern auch wirklich echte. Ja. Ich muss mich daran gewöhnen, dass man die so spitz fährt, weil es hier direkt wieder rum geht. Ich glaube, der Eifel ist so warm. Ich glaube, ich habe zu viel Luft. Es fühlte sich vom Beifahrersitzung an. Ja, da ist zu viel Luft. Das ist nachher auf der Morschach nicht mehr so schlimm. Das ist nachher auf der Morschach. Kein Platz her. Ja, da ist die Hände zurück. Ok, das ist nachher nicht so schön. Das ist gut, das ist gut. Ich glaube, es ist Das war's. Der fällt ja fast um. Der ist sechste, fast umgefallen. 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 Der ist sechste, fast umgefallen.